Wenn ich jetzt Musik an habe, dann habe ich wenigstens irgendwas, was ich enjoyen kann. Ne Sheriff wäre nach langer Zeit mal wieder toll. Okay, dann komm her, Gorn. Und das? Ey, wo ist die hier? Du musst ja doch aufsammeln, die hier liegt. Ich dachte, die hast du mir eingeschmissen, weißt du. In der heutigen Episode wird mal wieder sehr, sehr heiß gekocht. Wenn euch das Ganze also gefällt, lasst unbedingt ein Like und einen Kommentar da. Sonst findet ihr in eurer Minecraft-Singleplayer-Welt plötzlich einen magischen Pilzzauberer, der euer Gesicht um 180 Grad dreht, woraufhin ihr versehentlich den falschen Schalter betätigt und ein Papa-Platte-Tier-Once-Up kauft und Freunde der Sonne. Das ist natürlich mal wieder sehr, sehr schlecht. Denn der Brä hat wirklich schon genug Geld, überweist uns das Lieb. Dann werden jetzt mal ein paar Ärsche gestopft. Das ist eine Viper-Sache. Oha, ja, ja, die sind B, sind B. Gehe ich da in der Mitte? Oh Gott, nee, da gehe ich gar nicht hin. Mitti Sinte? Du musst Mitti haben. Mitti Sinte? Das habe ich mal gesagt. What the fuck, mein Gott, what the fuck? Ach du, liebes... Mariechen, oh Gott. Die hat es ausgeplayt, actually. Absolut ausgeplayt, Livi. Schleim. Wir wissen, dass wir hier kommen. Kick mal. Oh, Fallen dazu. Wow, schön geworden. Oh mein Gott. Ah, shit. Ich bin dann im Gift gestorben. Ich habe nur 30 Leben. Schleim, Schleim umgefallen einfach. Alter, ist welche gestorben. Die haben viel mit Lebtig zu tun. Oh Gott, Kamera, Kamera. Fallen rein, fallen rein. Kefi, kefi. Hinter dir, hinter dir. Oh mein Gott, unser Leben durchgeschossen. So viel Schaden habe ich gemacht. Oh nein, er weiß genau, wo du bist, actually, Gohan. Er weiß es ganz genau, Gohan. Du musst da rumstatcheln, das ist der Call. Oder da hoch, kann man das? Ich glaube, das ist da oben zu klein, oder? Versucht er jetzt gleich mal das Stretch. Ich gehe jetzt mal hoch, Männer. Da ist gar keiner. Nein, es geht nicht. Männer, nächster Versuch. Okay, ich gebe es auf, actually. Mitte ist irgendwas. Mauer und so weiter. Oder waren auch Leute. Jungs, was ist denn? Ich vertraue dir da jetzt mal. Ja, ich auch, mega. Oh Gott. Ah, da oben. Oh Gott, da auch, rechts. Oh mein Gott. Ja, schön. Oh mein Gott, Gohan. Ach, du Scheiße. Heilige Mutter Maria. Schön. Ja, ne. Reicht ja nicht. Ja, top. Oh Gott. Verbale Gewalt, finde ich, absolut. Geht gar nicht. So beleidigen und so. So, Männer. Da hinten ist Dings. Die mit Sage dorthin. Ich knall die. Hab sie, hab sie, hab sie. Hab sie geknallt. Cypher, Cypher. Wo? Wo? In diesem Gang, in dem beschissenen Gang hier. Oh, ich habe mir eine Waffe dahin geworfen, anstatt zu fingen. Aber da hinten ist jemand gemoved. War mit dem klassischen. Habt ihr gesehen, von wo? Du bist Cäsar, ja, von dem. Ich mache so. Ich mache so. Oh, da haben wir ein Draht erwischt. Ja, ich auch, actually. Duks. Sage geht mit Odin rein. Wann machen wir eine Odin-Runde? Ich habe aber gerade eine Waffe. Nee, nee, nee. Immer ist eine Odin-Runde. Natürlich. What? So, Aufnahme beendet und neue gestartet. Ja, ja. Ich lab mich gleich über Office runter und mache davon ein Video. Ja, ja. Lieber Office-Video. Fähigkeiten, kleine Schild. Fähigkeiten. Ich sage, keine Fähigkeiten, kleine Schild. Ich mache einen Prawler. Ich hole mir eins von diesen Haifisch-Fähigkeiten. Was ist denn das für ein Scheiß? Du sagst so komische Sachen, eigentlich. Ja, was ist denn hier, was ist dieser Prawler? Ach, diese Fähigkeiten. Das ist so ein Geist. Nebulak. Nebulak. Nein, bin tot. Wo sind die Männer? Ja, auf den Punkt. Können die hier gegangen sein. Ah, nee. Oh, nein. Äh. Warum? Hä? Ist ein Pazifist geworden auf einmal? Ja, ja. Velo. Nicht schießt Challenge. Was ist denn sein Ding? Wir dürfen das hier nicht zulassen. Die Tür? Mach's halt auf. Wann? Wie sieht die Sachlage aus? Hier oben ist wer? B auch. Einige. Ein bis zwei Personen. Und Mitte. Mitty. Mitty haben die den Spike. Mitte sagst du, Hit. Ja, ja, ja. Reinhardt 74, Schaden. Ist sehr low. Sehr, sehr low. Nein, mit tot. Golden Vertrauen. Da ist der Spike. Oh. Äh. Alter, kann ich schießen? Kann ich gar nicht verstanden? Dann rennen wir jetzt Mitte rein. Mit einer Ghost. Geh du rein? Da ist doch wer. Schade wie ein bisschen. Wo ist gerade gewesen? Scheißdreck. Da nicht, actually. Da war er. Ganz, ganz viel. Ich bin zu weit weg. Zu weit weg? Er ist zu weit weg. Oh Gott. Nein. Warum hilfst du dem Klinger beim Gewichte tragen? Was? Bitte? Joks. Enemy spotted. Ach nein. Oh was? Wo wie? Hit. Willst du dich auf die andere Seite stellen? Äh, ich sehe die halt, wenn die rauskommt. Ich würde dir empfehlen, deine Prädetatoren anzuwerfen. Ja. Okay, hast du gedingst? Ich hab gedingst, gedingst, gedingst. Lädt nach, gar noch dran. Ja, was? Null. Muss ich jetzt auf B? Ja. Och, joh. So Männer, wie ist die Taktik hier auf, äh, A? Gewinnen. Gar nicht. Hinten ist der Dings mit der Sniper, bis auf. Okay. Ist das eine Sniper? Nein. Bon, Bon. Ich platziere einfach schon mal. Oh, ich hab... Oh, oben sitzt sie. Lieb, ich mach jetzt mal folgendes. Jetzt musst du mal dem Papa zugeschauen und machen. Ja, ja. Ah, ich hab so kurz... Hast du gelehnt in die Hälfte? Die hat auch keinen Arsch. Die hat Minus Arsch. Väter Minus. Und wiederkommen her. Ich hab so suficiente hier. Ingus.